Welt ist ein Teil dieses Kontinents erkundet. Die neue Welt ist riesig. Wer weiß, was sonst noch da draußen ist. 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 Das war's für heute. 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 Der war's für heute. Ich hab's für heute. Ich hab's für heute gesagt. Das war's für heute. Er will noch mal, er will noch mal, er will noch mal, er will noch mal, er will noch mal. Komm mal her, gibst du ihn hier ja noch? Komm ich hin. Er ist sauer. Mal daran, dass er eine... Na also, zünd. Haha, meine Fresse gebrochen, auch nicht schlecht, ey. Ich kann heute nicht mal weiter. Mach ich jetzt noch mal, oder? Nein. Nein. Er dritt auch voll durch, hier halt auch. Ja. 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 Und zur Seite. Aua. Kommt um die Ecke. Wo bin ich jetzt? Ja, perfekt. Hätten halt gegeneinander. Haha, das ist so geil. Haha, das ist so geil. Das bin ich nochmal. Ich finde das geil. Man kann die Wende rund, also gegen die Wende steuern. Dann kann die in Abfang runter schubsen. Und man kann das mit aller Geisten, man kann die ineinander laufen lassen. Oh, lecker, das ist echt weg. Ich muss da mal nicht reinreden. Ja. Da war es ja, die Gegend werden, ja, der von der die Gäste ist. Lecker ist mit der Maus, der da ist mein Name. Oh, da bin ich nicht getroffen. verdammt ja 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 und Feuer dann nehmen geschubst zum das ist ja gut, das ist ja schön Da. Da ist noch was. Sind noch mehr? Gertchen, ich habe mir nichts in den Oven. Ich bin der Liguan. Was ist das denn hier? Das ist so eine Wackelpuppe? Das ist ja geil, da ist so ein valores true. Was ist das denn jetzt? Was ist das so eine Wackelpuppe? Das war bestimmt die Fähigkeit von meinem Palico mit dem Schild. Das sieht sehr geil aus. Fussischlochen. Mit der Hand. Das ist ein Nagel-Höber. Das ist ein Nagel-Höber. Oh! F**k! Eine fette Reichweite, als ich dachte. Okay. Das ist ein Nagel-Höber. Das ist ein Nagel-Höber. Haben Sie das schon in deinem Kopf gemessen? Das wäre ein netter Witz. Aber wir haben nur noch eine Woche Zeit für unsere Bewerbungen. Für den Heizertage gehen die Mächte Männer des L.A. Die Wachkalender. Und ich habe schon mein Ziel gemüht. Also ist mein Kopf für mich sagen, auch ein Kopf verwandt. Oh, ein... Abbaubaligo. Okay. Klochen ab. Mh hm. Tadam tadam bäm bäm bäm. Wir töten wie Zeug. Jemann Er ist da, jetzt ist er Dort Hm, geht nicht Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin Ja Ja Ah fuck, jetzt ist er ja gar nicht weg. So, ich hätte gern ein bisschen Fußspuren. Irgendwann müssen wir sagen, da hast du eine Fußspur. So, ich habe das Ding abgestellt, aber der habe ich mich nicht getraut. Ich höre einer so umlaufen können. Gieß mich nicht. Oh. Oh fuck. Kein Ausdauer mehr. Ich habe das Ding abgestellt. Komm zurück. Oh fuck. ja also das funktioniert es ist richtig sauer wow 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 ja Eis Feuer wow 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 ja 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 oh schade ja 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 mit dem das ja 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 Oh, sieht ja schön aus. Das Maul ist doch so schön animiert. Der PSP sah da nicht so wuchlig aus. Auch so groß, aber das Maul sah nicht so wuchtig aus. Was müssen wir? Oh. Irgendwo muss ich doch schief festbeißen können. Hier vielleicht? Guck mal. Guck mal her. Achso, da hinten ist das... Natürlich da hin. Ja, was ist denn das hier für ein Vieh? Das wackelt hier die... Guck dich das an. Eine Wackelpuff. Jetzt greift er das Vieh ein. Das ist ja geil. Das war's. gemacht ok das war nicht so gut nicht so gut Nein, schon okay. Ernst. Komm. Das läuft einfach nicht. Okay, gut. Du bist mein Lieber. Dein Selbstbewusstsein. Du kannst nicht so einspazieren, als ob man schon seit Jahren dabei ist. Du bekommst da so eine gewisse Kennlernperiode oder Respekt gegenüber den Älteren. Das ist nicht mehr kaputt. Also ich hatte echt nicht vor, ich wollte hier einem noch zu vertraut zu machen, wenn man auf die Zehn zu finden. Du bist in der schwierigen Befragung. Ich weiß. Da wäre ich da schwierig gerade, bitte. Ja, meine Freundin hat mich verlassen und das musste verarbeiten. Muss ich nicht. Wer hat mich verlassen? Wer hat das erzählt? Was schützt sich denn? Also ich hab jetzt schon verpflichtet. Das Komma tut mir leid. Dann musste ich mich nicht bedroht fühlen. Wir beide gehören zum selben Team. Und warum sollte ich mich verpflichtet ausfüllen? Ganz genau. Die können wir verschaffen. Ja, ja. So. Unsere Beziehung ist nicht vorbei. Ja. 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 J Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Maul von einem riesengroßen Monster Eine Mundhöhle Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön